In diesem Tutorial werden wir uns anhand einer Beispielaufgabe anschauen, wie man große, komplexe Terme vereinfachen kann. Von Schwierigkeitsgrad würde ich diese Aufgabe im besten Fall als mittelschwer bezeichnen, also normaler Prüfungsniveau. Bevor wir gleich mit der Beispielaufgabe loslegen, will ich noch ein paar Grundlagen überfliegen, die uns bei der Lösung sehr hilfreich sein werden. Also, zur Erinnerung, das ist hier die kathesische Form einer komplexen Zahl oder eines Zeigers Z, wobei A der Realanteil und B der Maginäranteil von Z sind. Dann könnte man das gelegentlich auch noch gebrauchen, A ist R mal Cosinus Phi und B ist R mal Sinus Phi. Die zweite Art, komplexe Zahlen darzustellen, heißt polare Darstellung oder trigonometrische Darstellung. Und hier ist R der Radius oder die Länge oder der Betrag des Zeigers und wird, wie bereits rechts abgebildet, mit dem Satz des Pythagoras bestimmt. Dann haben wir noch den Winkel Phi, auch genannt Argument des Zeigers und das kriegen wir mit Hilfe von Tangents raus. Allerdings muss ich hier immer aufpassen, dass ihr im richtigen Quadranten liegt. Und die letzte Form ist die exponentielle oder eulerische Darstellung, so wie unten links abgebildet. Alle Buchstaben wurden bereits erklärt. Und noch einen kleinen Hinweis an dieser Stelle. Für diese Art von Aufgabe, die wir gleich anschauen werden, wird vorausgesetzt, dass ihr in der Lage seid, zwischen allen dieser Formen hin und her zu springen. Wenn das nicht der Fall sein sollte, entweder oben rechts unter den I-Punkt oder am Ende im Abspann, findet ihr auch dazu ein passendes Tutorial. Und hier ist unsere Beispielaufgabe. Wir sollen für diesen Zeiger Z, real und imaginären Teil bestimmen. Und auch wenn dieser Term beim ersten Blick ein bisschen schockt, wegen der Größe, ist es eigentlich halb so wild, wie es aussieht. Wir könnten auch alles in einem hier ausrechnen und zusammenfassen. Allerdings ist es empfehlenswert, übersichtshalber das Ganze aufzuteilen. Das werde ich jetzt auch hier machen. Ich teile den ganzen Term in drei verschiedene Zeiger. Das ist Z1, Z2 und Z3. Und am Ende werden wir alle diese Zeiger natürlich zusammenzählen. Übrigens, mit ein bisschen Übung kriegt man so einen Term problemlos in zwei bis drei Minuten gebacken. Allerdings werden wir uns jetzt Zeitthemen und das Ganze ausführlich besprechen. Und hier ist unser erster Zeiger Z1, den wir gleich auseinandernehmen werden. Übrigens, auf der rechten Seite des Bildschirms werde ich mal von Zeit zu Zeit ein paar nützliche Formeln oder Sachen einblenden, die uns bei der Lösung weiterhelfen. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, diesen Term hier zu vereinfachen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, diesen großen Bruch in zwei kleinere Brüche aufzuteilen und dann getrennt das Ganze zu vereinfachen. Eine weitere, die ich jetzt auch anwenden werde, wäre diese komplexe Zahl hier in Exponentialform einfach in kartesische Form darzustellen und dann mit der 1 zu verrechnen bzw. in den 3i zu vereinfachen. Und genau so werden wir anfangen. Wir nennen diese komplexe Zahl dann, damit sich nicht mit unserer Z1 beißt, Z' und das wäre dann einfach E hoch I mal 3pi halbe oder 3 halbe pi, das ist egal. Und zur Erinnerung, bei der Euler-Form kann man problemlos vor dem E auch immer diesen Radius ablesen. Das ist dieser unsichtbare 1, die hier steht. Wenn wir jetzt das Ganze in Polarform oder trigonometrische Form darstellen wollen, rechts eingeblendet, nochmal zur Erinnerung, sieht unser Zeiger Z' dann so aus. Z' ist gleich 1 mal Cosinus von 3pi halbe plus I mal Sinus von 3pi halbe. Und das Einzige, was ihr an dieser Stelle noch braucht, ist natürlich eine gute Wertetabelle oder ein Taschenrechner, wenn das erlaubt ist. Ich habe jetzt diese Werte schon aus der Tabelle herausgesucht. Cosinus von 3pi halbe ist 0 und Sinus von 3pi halbe ist minus 1. Also, wenn wir das hier oben einsetzen, dann ist das eine 0 und hier hinten eine minus 1. Das wäre das Einzige, was noch übrig bleibt, ist dann minus 1 mal I, entsprechend minus I. Und das können wir jetzt nehmen und hier vorne einsetzen. Also, somit ist Z1 dann 1 minus I durch 3i. Jetzt müssen wir nur noch dieses I hier im Nenner loswerden. Das kriegen wir hier durch Erweitern. Also, einfach oben entzählen und den Nenner mit I erweitern. Das kann man hier auch als eine Klammer sehen. Entsprechend haben wir dann, wenn wir oben in Zählern die Klammer auflösen, 1 mal I sind natürlich I. Und minus I mal I sind natürlich dann plus 1. Und im Nenner haben wir 3i² und I² ist minus 1, deshalb eine minus 3. Jetzt können wir natürlich das noch zerlegen in Real- und Imaginärteil. Also, als erstes hätten wir dann minus 1 Drittel und dann minus 1 Drittel I. Und das wäre unser erster Zeiger. Und hier ist unser zweiter Zeiger. Beim ersten Blick sieht er wahrscheinlich noch schlimmer aus als der erste. Allerdings schauen wir uns den Aufbau ein bisschen näher an. Also, hier haben wir eine konjugiert komplexe Zahl wegen dieser Strich oben drüber. Das können wir auch gleich umschreiben. Dann multipliziert mit einem Zeiger in Exponential- oder Euler-Form und geteilt durch noch einen weiteren Zeiger hier unten in kathesischer Form. Sehr wichtig ist, dass ihr die Betragsstriche mit der hoch 2 nicht übersieht. Weil die lösen eigentlich hier an dieser Stelle das ganze Mysterium. Also, was euch interessiert, bevor ihr anfängt hier irgendwas umzuformen, ist nur die Länge dieses Ergebnisseszeigers oder der Betrag des Zeigers oder der Radius. Und das macht die Sache sehr einfach. In erster Reihe könnten wir das Ganze jetzt zerlegen, weil überall nun mal umgeteilt ist zwischen diesen komplexen Zahlen. Und zwar in drei verschiedenen Beträge. Also, wir haben hier unsere konjugiert komplexe Zahl, die können wir auch gerne umschreiben. Das wäre dann 1 plus i im Betrag und ins Quadrat mal Betrag aus e hoch i Pi Vierzehntel ins Quadrat. Und das Ganze geteilt durch Betrag aus 1 plus 3i und alles ins Quadrat. Und jetzt werden wir natürlich für jeden einzelnen Term hier den Betrag ausrechnen und quadrieren. Für den Anfang haben wir ein Zeiger in kathesischer Form. Zur Erinnerung, die Länge eines Zeigers berechnet man auf diese Weise. Also, Realanteil ins Quadrat plus Imaginäranteil ins Quadrat und Wurzel daraus. Und genau das werden wir auch machen für unser Term hier. Realanteil ist 1, Imaginäranteil ist ebenfalls 1. Deshalb haben wir dann Wurzel aus 1 ins Quadrat plus 1 ins Quadrat und das Ganze nochmal hoch 2. Beim nächsten Schritt können wir das dann zusammenfassen. Bei diesem zweiten Zeiger in Exponentialform ist es noch einfacher. Die Länge ist die Zahl hier vor dem e, das ist dieser 1. Also, hätten wir eigentlich nur noch 1 hoch 2. Und bei dem unteren Zeiger möchten wir das gleiche wie bei dem ersten machen. Also, wir haben dann wieder Wurzel aus 1 ins Quadrat plus 3 ins Quadrat. Wenn wir das alles jetzt zusammenfassen, dann haben wir hier vorne einmal 1 plus 1 sind 2. Wurzel 2 hoch 2, bleibt ja nur noch 2. Und dann am Ende mal 1, das kann man sich auch schenken. Und unter Nenner haben wir dann 1 plus 9 sind 10. Und das Quadrat habe ich natürlich vergessen, deshalb ergänzen wir es noch. Dann haben wir einfach mal Wurzel aus 10 ins Quadrat. Und das sind natürlich 10. Das können wir am Ende nochmal kürzen durch 2. Also, das Einzige, was übrig bleibt aus dem Ganzen, ist ein Fünftel. Und hier ist unser dritter und letzter Zeiger. Und ja, der ist nicht so einfach zu zerlegen wie die anderen zwei. Vor allem wegen dieser sehr großen Hochzahl hoch 111. Für den Anfang würde ich vorschlagen, dass wir das Ganze ein bisschen noch umschreiben. Also, hier vor der Klammer steht eine unsichtbare 1. Deshalb könnten wir das eigentlich auch so hinschreiben. 1 halb mal e hoch i Pi Sechstel. Und das Ganze hoch 111. Und dann könnten wir auch diese Klammer auflösen, indem wir nach einer gewissen Potenzregel die Hochzahl miteinander multiplizieren. Und dann haben wir einfach nur 1 halb mal e hoch i mal 111 Pi durch 6. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, diesen gigantischen Winkel hier so zu zerlegen, dass man ihn auswerten kann. Und dafür müssen wir uns an ein paar Grundlagen erinnern. In erster Reihe die Tatsache, dass e hoch i mal 2 Pi immer 1 ist. Wenn euch dieser Tatsache noch nicht bewusst ist, dann könnt ihr auch gerne diesen Zeiger in die kathesische Form umformen und versuchen, in der gauschen Zahlenebene zu zeichnen. Spätestens dann ist es klar, dass das immer gilt. Aus dieser Tatsache können wir noch folgende Schlussfolgerung ziehen. Und zwar, wenn wir das Ganze hoch k nehmen, dann werden wir auch 1 hoch k haben. Also, 1 hoch k ist natürlich 1. Und wir können an dieser Stelle auch die Klammer auflösen. Das wird k mit i mal 2 Pi multiplizieren. Dann können wir auch die Schlussfolge genutzt, dass das hier 1 ist. Also, damit ist gemeint, wenn ihr einen Zeiger habt, wo der Winkel immer ein Vielfaches von 2 Pi ist, dann ist das Ergebnis immer 1. Das hilft uns auch beim nächsten Ausdruck weiter. Und zwar, jetzt haben wir halt einen komplexeren Winkel hier. Also, k mal 2 Pi plus Alpha. Und nach dem Potenzregel kann man das zerlegen hier in zwei Termen. Einmal das hier und einmal das hier. Zur Erinnerung, oben bereits erwähnt, das hier ist 1. Das bedeutet, das hier hinten bleibt noch üblich. Und für den Fall, dass euch nicht klar ist, was ich damit meine, schaut euch kurz die Rechnung an. Ich glaube, spätestens dann macht das Ganze Sinn. Und, dass es sich lohnt, sich diese Vereinfachung hier zu merken. Also, wir schnappen uns jetzt eigentlich nur den Winkel für den Anfang. Und möchte in diesem Winkel so zerlegen, dass er aus ein Vielfaches von 2 Pi besteht und noch ein restlichem Winkel. Und das schreibe ich jetzt hier an der Seite. Also, 111 Pi Sechstel. Durch ein bisschen Überlegung herumprobieren, findet man raus, dass es das gleiche ist wie 108 Pi Sechstel. Plus 3 Pi Sechstel. Diese Bücher hier können wir natürlich ein bisschen kürzen. 108 und 6 kürzen sich. Hier bleibt oben nur 18 und 3 und 6 auch. Dann haben wir hinten nur noch Pi Halbe. Also, das Ganze lautet dann 18 Pi plus Pi Halbe. Ja, damit ihr es klar und deutlich erkennt. 18 ist natürlich 9 mal 2. Deshalb haben wir genau diese Form, die wir haben wollten. 9 mal 2 Pi plus Pi Halbe. Also, wenn wir jetzt mit diesem Winkel hier vergleichen, dann ist 9 unser k. Jetzt können wir diese Zerlegung natürlich auch in unser Zeiger einsetzen. Entsprechend haben wir dann e hoch i mal Klammer auf. 18 Pi plus Pi Halbe. Und das ist dann zerlegt e hoch i mal 18 Pi mal E hoch i mal Pi Halbe. Zur Erinnerung, dieses e hoch i mal 18 Pi ist einfach 1. Das ist genau das, was wir hier an dieser Stelle besprochen haben. Und das heißt, das einzige, was noch übrig bleibt aus dem Ganzen, ist e hoch i mal Pi Halbe. Und das können wir jetzt problemlos über die Polarform in die kathesische Form umformen. Allerdings, vergisst nicht, wenn ihr jetzt den Zeiger abschreibt vorne, hier hatten wir noch diese minus 1 Halbe, was wir noch mitnehmen müssen. Also, C3 wäre dann praktisch minus 1 Halbe mal e hoch i Pi Halbe. Umgeformt sieht dann das Ganze so aus. minus 1 Halbe mal Cosinus von Pi Halbe plus i mal Sinus von Pi Halbe. Cosinus von Pi Halbe und Sinus von Pi Halbe sind zwei sehr einfache Werte, aber ihr könnt sie natürlich auch in einer Wertetabelle wiederfinden. Also, Cosinus von Pi Halbe wäre eigentlich 0 und Sinus von Pi Halbe ist eigentlich 1. Also, wenn wir jetzt die Klammer auflösen und das Ganze zusammenfassen, haben wir dann an dieser Stelle nur noch minus 1 Halb i. So, das ist unser dritter Zeiger und jetzt können wir das Endergebnis zusammenfassen. Zur Erinnerung, wir haben gesagt, dieser Zeiger Z ist Z1 plus Z2 plus Z3. Z1 war zur Erinnerung minus 1 Drittel und minus 1 Drittel i. Dann Z2 war 1 Fünftel und Z3 haben wir hier, sind minus 1 Halb i. So, natürlich fassen wir jetzt erstmal die Realteile zusammen. Also, dieser minus 1 Drittel plus 1 Fünftel. Das ergibt dann minus 2 Fünftel zusammengefasst. Und dann die Imaginärteile. Also, diese zwei hier auch erweitern auf 6 und zusammenfassen. Dann haben wir minus 5 Sechstel i. Und nicht vergessen, was die Aufgabenstellung von euch eigentlich möchte oder wollte. Und zwar Real- und Imaginärteil. Also, Realteil von Z ist dann entsprechend minus 2 Fünftzehntel. Und Imaginärteil von Z ist dann minus 5 Sechstel. Zum Schluss noch ein paar nützliche Hinweise in diesem Zusammenhang. Was wir auf jeden Fall noch beherrschen müssen, in Sachen komplexen Zahlen, sind natürlich verschiedene Operationen, wie Addition, Substraktion, Multiplikation und Division. Die Umformung komplexer Zahlen, habt ihr auch hier gesehen, von großer Bedeutung. Dann Wurzeln aus komplexen Zahlen, Lösen von komplexen Gleichungen und natürlich die komplexe Exponential- und Logarithmus-Funktion. Wenn Bedarf Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video geholfen hat, vergisst nicht, ein Like, ein netter Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts.